Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, bei der ich mich wie immer auf einen spannenden Gast freue. Unser heutiger Gast ist 30 Jahre alt, geboren in Aachen, kommt aus Wiesbaden und ist dort auch Unternehmerin. Sie hat Wirtschaft, aber auch Kunstgeschichte und Philosophie studiert, im Museum gearbeitet, bevor ihr aufgefallen ist, dass es nichts für sie ist und ist daraufhin nach einem Master of Management ins eigene Familienunternehmen eingestiegen, das ihr Vater gegründet hat, die SK Laser GmbH. Durch die Pandemie ergab sich in 2020 eine ganz große Herausforderung für das Unternehmen, weil auf einmal alle Messen, die bis dahin der wesentliche Vertriebs- und Verkaufskanal für das Unternehmen waren, wegfielen. Sie hat das Wett gemacht durch eine sensationelle LinkedIn-Präsenz. LinkedIn ist heute einer der wesentlichen Kanäle zur Unternehmenskommunikation für Marketing und Verkauf und auch ihre eigene Personenmarke, ist eine der stärksten Unternehmermarken im deutschsprachigen Raum. Unser Gast heute ist Dina Reit. Hallo liebe Dina, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dabei zu sein. Danke Konstantin für die Einladung. Wir haben ja ein bisschen gebraucht, das alles zu organisieren. Ich glaube, wir haben uns seit einem halben Jahr verabredet, jetzt endlich mal einen Podcast zu machen. Deshalb freue ich mich, dass du heute da bist und wir sind heute auch schon gemeinsam hier ins Unternehmen gelaufen, haben uns ein bisschen was angeschaut und du als Maschinenbauerin kannst natürlich mit dem, was wir hier so machen, eine Menge anfangen. Du, also einige Hallen, da habe ich mich ziemlich zu Hause gefühlt, so der Geruch richtig von den Fräsmaschinen. Ja, wusste ich genau, was hier so passiert in den Hallen. Aber ihr habt ja doch ein paar mehr Hallen, ist mir aufgefallen. Also ziemlich, wir mussten mit dem Auto fahren, um von einer Halle zur anderen zu kommen. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie groß das alles hier ist. Ja, wir waren einen Nachmittag unterwegs und haben uns alles angeguckt, was wir hier bei Brabus am Standort machen. Aber heute geht es ja um dich. Deshalb lass uns mal so anfangen. Was ist die SK Laser GmbH und wer ist Dina Reit? SK Laser wurde von meinem Vater Christoph Kolbach gegründet vor 18 Jahren, also 2005. Wir sind ja Laserhersteller, man hört es schon so ein bisschen im Namen. Wir bauen Lasermaschinen für die Industrie und die kann damit die Oberflächen bearbeiten. Das heißt zum Beispiel markieren von einer Seriennummer in irgendein Bauteil, schneiden von Folien, schweißen von Kunststoff und ja, abtragen von Oberflächen, um das zum Beispiel fürs Schweißen vorzubereiten. Das heißt, ihr baut die Maschinen, die dann die Technologie oder stellt die Technologie in Form von Maschinen bereit, mit der eure Kunden dann andere Dinge tun. Genau, richtig. Also wir sind klassische Maschinenbauer. Wir machen so ein bisschen wie bei Brabus Sondermaschinen. Also die Kunden sagen uns, bei Brabus ist es ein bisschen anders. Also die eine oder andere soll es hier geben, habe ich gehört. Genau, ja. Und dann wird, der Kunde sagt uns, ich möchte damit, keine Ahnung, ich brauche ein Vierachssystem da drin. Dann bauen wir ein Vierachssystem in eine Maschine, haben also die Konstruktion bei uns im Haus und die Produktion und auch den Service machen wir alles aus Wiesbaden raus. Jetzt mal zum zweiten Teil der Frage. Wer ist Dina Reit? Na ja, du hast ja eigentlich schon ganz gut vorgestellt, gell? Also ich bin 30 Jahre alt, bin jetzt Geschäftsführerin von SK Laser und tja, was bin ich für ein Mensch? Strebsam und andererseits auch immer offen für neue Sachen, wie zum Beispiel auch die Kunstgeschichte. Jetzt musst du mir mal erklären, wie geht denn der, also ich liebe, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich liebe Lebensläufe, die eben nicht geradeaus sind, weil ich die ehrlich gesagt immer furchtbar langweilig finde. Ich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, der eine wirklich spannende Geschichte hat, bei dem immer alles genauso gelaufen ist, wie gedacht. Und deshalb ist das überhaupt nicht wertend, wenn ich sage, wie ist das denn passiert? Erzähl uns doch mal deine Geschichte, wie du aufgewachsen bist, ab wann du gemerkt hast, da gibt es dieses Unternehmen und ab wann du dann deinen eigenen Weg gegangen bist und auch ab wann du gemerkt hast, dass du jetzt vielleicht doch die Abwägung nimmst ins eigene Familienunternehmen. Also ich habe die Gründung mitbekommen bei meinem Vater, ich war 13 und die ersten zwei Jahre habe ich als richtig hart in Erinnerung. Also ich habe größten Respekt. Du warst 13, das hat jetzt 2005 gegründet. Ich wollte gerade sagen, mein großartiger Kenntnis in der Mathematik, heute bist du 30, etc., etc. 2005 hat er gegründet, wunderbar. Und diese ersten Gründungsjahre, das sind keine Herrenjahre. Also man muss alles aufbauen, wenn man Maschinenbau hat, dann muss ja, das ist ein extrem aufwendiger Prozess, muss viel liquiditätsmäßig auch in Vorleistung gehen und so weiter. Also es waren einfach harte Zeiten für die gesamte Familie. Ich habe das so in Erinnerung, dass ich relativ früh immer gesagt habe, um Gottes Willen, ich gehe auf keinen Fall ins Unternehmen. Also das interessiert mich mal gar nicht. Was hat das in dir aus, was hat diese Reaktion in dir ausgelöst? Naja, dass mein Vater dauerhaft gearbeitet hat, zu großen Teilen auch nicht mehr am Familienleben teilnehmen konnte. Also Urlaube ohne meinen Vater und so Geschichten. Wieso habe ich das Gefühl, das kenne ich. Ja, das ist halt leider oft so. Und naja, deswegen habe ich dann nach dem Abi gesagt, das mache ich auf jeden Fall schon mal nicht. Aber was ich genau machen wollte, wusste ich nicht. Ich habe dann mit Wirtschaftswissenschaften angefangen. Und dann aus irgendeinem, keine Ahnung, jugendlichen Leichtsinn kam es dann, dass ich gedacht habe, boah, ich habe ja noch so viel Kapazität. Ich habe ja noch so viel Kapazität. Wo hast du Wirtschaft studiert? In Frankfurt an der Goethe-Uni. Also studiert Wirtschaft an der Goethe-Uni in Frankfurt, da hat man so viel Kapazität. Genau. Na ja, und dann habe ich noch den zweiten Bachelor dazu gemacht, also Kunstgeschichte und Philosophie. Da hatte ich immer irgendwie so eine Passion für. Dachte, das ist mein Herzblut. Und dann wurde ich von einem Prof empfohlen fürs Städel. War dann da und dachte, jetzt geht meine Karriere los. Die Nicht-Kunstgenner unter uns aufklären, das Museum Städel ist ein großes und bedeutendes Unternehmen und Museum in Deutschland. Ja, genau. Eines der fünf größten Museen. Die haben wirklich von ganz alter und ganz moderner Kunst. Ich war dann auch in der zeitgenössischen Kunst da mit dem Kurator unterwegs. Wir hatten dann auch eine Ausstellung, die wir geplant haben. Alles ganz spannend. Aber ich habe gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Du kannst halt nicht so besonders viel entscheiden. In Frankfurt wird im Zweifel sogar sehr viel durch das Mäzenentum entschieden. Auch da gibt es Hierarchien. Da gibt es viel Hierarchie. Ja, ja, sehr viel. Und ich kannte das ja von zu Hause, dass mein Vater eben eine Entscheidung getroffen hat. Und das wurde dann auch umgesetzt. Und das fand ich so cool einfach. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, Unternehmertum ist es. Und dann war der Weg von, ich möchte Unternehmerin sein, zu, da ist ja ein Unternehmen, was ich übernehmen kann. Das war nicht mehr so weit. Wie war das bei dir, die Entscheidung dafür? Lass mich, bevor ich dir die Geschichte bei mir erzähle, mal einmal nochmal nachfragen, weil mich das fasziniert. Und du bist Wirtschaft, Kunstgeschichte, Philosophie studieren gegangen und hast dann irgendwann diesen Switch gemacht. Wie kam diese Entscheidung bei dir zustande von Kunstgeschichte und Philosophie hinzu, jetzt mache ich das? Und war die sofort so eindeutig, wie du das jetzt formuliert hast? Also ich glaube, damit ist ganz viel Selbsterkenntnis verbunden, dass man so merkt, was bin ich eigentlich für ein Typ, was sind Dinge, die mich antreiben, was sind wichtige Werte für mich. Das kam aus Philosophiestudien. Ja, nee, ich glaube, Hauptauslöser war schon dieses ganze Praktikum da im Städel. Aber nein, das war nie so ein geradliniger Weg, dass ich gedacht habe, ja, das ist es jetzt auf jeden Fall mit dem Unternehmertum. Ich habe das oft hinterfragt. Und auch als ich schon eingestiegen war, habe ich es hinterfragt. Also das erste Jahr habe ich als eine Zeit, die mit viel Zweifel auch irgendwie durchsät war, empfunden, wo ich mich gefragt habe, ist das wirklich hier das Richtige für mich? Ist das wirklich mein Weg? Kann ich das jemals schaffen, so wie mein Vater? Weil ich am Anfang auch gedacht habe, ich muss es genau wie mein Vater machen. Wird er reagiert? Und als du gesagt hast, okay, ich will doch reinkommen? Großes Glück, ja, ganz großes Glück. Der hat sich mega gefreut. Du hast eine Schwester. Eine Schwester, genau. Aber die hat sich nie dafür interessiert. Das war klar kommuniziert. Ja, ja. Ich habe auch, bevor ich eingestiegen bin, erst mit meiner Schwester geredet. Also habe ihr gesagt, du, ich möchte das und das machen. Wie ist das für dich? Das heißt, ihr habt ein gutes Verhältnis. Sehr gut, ja, sehr gut. Und auch mit meinem Vater ist das Verhältnis sehr gut. Also am Anfang, wie gesagt, ich habe da nicht so gedacht, boah, ich gehe da rein und dann muss ich erst mal alles ändern. Ich habe die Sachen mit der Zeit geändert. Wir haben uns auch eine Beraterin an Bord geholt, weil wir gerade am Anfang gemerkt haben, wir laufen so ein bisschen so gegen Wände. Wir haben beide riesig hohe Erwartungen an diese Nachfolge. Also ich, dass ich ganz schnell meinen Vater ersetzen muss und meinen Vater, dass ich am besten morgen alles schon übernehmen soll. Wollte dein Vater ersetzt werden? Ja, mein Vater möchte raus. Wie alt ist er jetzt? 66. Und ihr seid Co-Geschäftsführer? Genau. Also mein Vater ist auch Geschäftsführer. Der ist jetzt in Teilzeit gegangen und hält sich auch wirklich bravourös daran. Und der Plan ist, dass er jetzt noch zwei Jahre drin bleibt. Wir sind ein bisschen vor Plan. Also wir haben dann mit dieser Beraterin so einen Meilensteinplan aufgestellt. Dann habe ich erst so was wie so ein Internship gemacht bei uns, habe elf Monate bei uns in der Konstruktion gearbeitet. Und dann bin ich Prokuristin geworden, dann Geschäftsführerin und dann ist mein Vater in Teilzeit gegangen. Das ist alles so in so Schritten geplant. Da stecken ganz viele spannende Themen drin, die wahrscheinlich viele, die auch in so einem Unternehmensnachfolgeprozess stecken oder die nur vor sich haben, jetzt interessieren. Weil du natürlich auch ein Gesicht bist, was zum Thema Unternehmensnachfolge und insgesamt Familienunternehmen auch in Deutschland sehr präsent ist. Aber dazu kommen wir später noch. Lass mich das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Ja. Du hast gesagt, dein Vater hat sich gefreut, als du ihm gesagt hast, ich komme ins Unternehmen. Wie alt war er da? Das war vor sieben Jahren. Also es war 2016, da war ich dann so 25. Und dannmals hast du ihm gesagt, ich möchte ins Unternehmen kommen und ich möchte das auch übernehmen. Genau. Das ist natürlich für jemanden, der 25 ist, eine sehr, sehr klare Aussage. Ich muss sagen, ich habe von dir insgesamt den Eindruck, dass du eine sehr klare kommunizierende Frau bist und eine sehr klare Persönlichkeit. Du strahlst viel Klarheit aus. Das war auch damals schon so? Ja. Also ich glaube, mein Vater konnte es trotzdem eine Zeit lang nicht fassen. Und dann habe ich den Master angefangen mit dem ganz klaren Ziel, ich möchte jetzt, also ich mache jetzt nicht mehr Kunstgeschichte nochmal, sondern ich mache jetzt Management. Ich glaube, mein Vater hat sich schon ein paar Mal noch gefragt, ist das jetzt wirklich so? Ist das wirklich so? Aber doch ab dem Zeitpunkt, also ab 2016 hat er dann so angefangen, mit mir zu planen. Und 2019 bin ich eingestiegen. Und man muss auch sagen, in der Zeit, als ich mich selber viel hinterfragt habe, gerade Anfang 2019. Ah, sie hat sich hinterfragt. Ja, absolut. Ich habe mich gefragt, kann ich als Frau, was ich jetzt lächerlich finde, kann ich als Frau ein technisches Unternehmen führen? Das habe ich mich gefragt. Da sieht man mal, was für komische Gedanken einem so im Gehirn rumschwirren. Es gibt ja auch den Ausspruch, man darf nicht alles denken, nee, glauben, was man denkt. Ja, also genau das habe ich erlebt. Genau, und mein Vater war derjenige, der voll hinter mir stand und der immer mir gesagt hat, Dina, ich traue dir das voll zu. Du kannst eine super Geschäftsführerin werden. Ich sehe dich da total. Und dieser Support, muss ich ehrlich sagen, der hat mich dann auch nach vorne getragen. Ist ja ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Es gibt Brené Brown, ist eine sehr, ich finde, sehr beeindruckende Forscherin aus den USA, die zum Thema Scham forscht und die sagt, es gibt eigentlich immer zwei Stimmen in deinem Kopf und sie setzt das unter anderem auch in Verbindung zum Thema Frauen in der Wirtschaft und sagt, es gibt eigentlich diese zwei Stimmen. Das ist entweder, du bist nicht gut genug oder was glaubst du, wer du bist? Und das permanente Hin und Her oszillieren zwischen diesen beiden Polen kennzeichnet dann häufig so einen Prozess. Das heißt, die Stimme, die mit dir gesprochen hat oder die zu dir, die du in deinem Kopf gehabt hast in dem Moment war, du bist nicht gut genug. Genau, ja. Das schaffe ich nie. Wie war das denn, als du in den Laden gekommen bist? Kannten dich die Mitarbeiter? Warst du ein total neues Gesicht? Und wie haben die das aufgenommen, dass da jetzt eine 25-Jährige, richtig, kommt? Nee, 27. 27-Jährige kommt, Frau im Maschinenbauunternehmen, die sagt, ich werde jetzt hier die neue Chefin. Also ich kam rein, die meisten kannten mich schon und mein Vater hat erstmal gesagt, ich gehe jetzt mal zwei Wochen in den Urlaub, du machst das. Bisschen Überforderung auch am Anfang. Ich aber trotzdem, so wie ich eben bin, alle zusammengerufen und erstmal eine Rede gehalten, ohne das natürlich mit meinem Vater abzustimmen. Also grundsätzlich mal, ich sag mal, die Grundvoraussetzung dafür, Chef in so einem Laden zu sein, hast du es schon mal erfüllt, durch dein relativ extrovertiertes Wesen, bist vielleicht aber leicht übers Ziel hinausgeschossene Situation. Erstmal einer erklärt, so, jetzt bin ich hier und ich werde das auch übernehmen, aber für euch ändert sich erstmal nichts mehr. Jetzt am Anfang ändert sich nichts, weil mein Vater bleibt erstmal noch da und wir treffen die Entscheidung jetzt zusammen. Das kommt jetzt peu à peu. Und so habe ich erstmal so den Ton gesettet. Und dann war er weg und was passierte? Ja, war eigentlich alles okay. Am Anfang habe ich, guck mal, die ersten zwei Wochen, da habe ich erstmal gelernt, wie man bei uns ein Angebot macht. Da musste ich mal ganz klein, ganz kleine Brötchen backen. Und dann habe ich ja mit jedem Mitarbeiter zusammengearbeitet, habe mir da echt viel Zeit genommen. Gab es Kolleginnen und Kollegen, bei denen es für dich einfacher war und solche, die dich ein bisschen getestet haben? Die Tests hatte ich nicht. Ich glaube, das kommt ganz stark daher, wie ich bei diesem mit den Leuten zusammenarbeiten auf die zugegangen bin. Und da habe ich denen gesagt, du bist derjenige, der weiß, wie der Job geht. Ich habe keine Ahnung, wie man, keine Ahnung, Profile sägt und die dann hinterher zusammenschraubt. Du erklärst das mir jetzt. Aber natürlich dann hinterher, wenn es um Personalführungsgeschichten geht, die Mitarbeitenden, die ich eingestellt habe, die sind natürlich viel mehr dann schon auf mich als Chefin fixiert gewesen direkt, als diejenigen, die mein Vater noch, keine Ahnung, vor fünf, zehn Jahren eingestellt hat. Und die wollten dann am Anfang immer nur mit meinem Vater alleine sprechen und dann mussten wir das erst mal deichseln, dass wir immer zu dritt sind. Wie hat der sich positioniert? Also jetzt ist natürlich das ganz Entscheidende in so einer Unternehmensnachfolge und das kenne ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut, dass derjenige, der abgibt, auch Teil des Prozesses ist und das auch will. Das heißt, in dem Moment, wo dein Vater in so einer Situation sagt, nee, nee, ich mache das jetzt schon und du stehst vor der Tür, vor der Zuentür und er macht die Verhandlungen, die Angebotsdiskussionen, das Meeting alleine, hast du natürlich als Nachfolgerin ein substanzielles Problem, weil klar geworden ist, eigentlich ist es nur Schein und kann sein. Und es ist gar nicht die Co-Chefin, sondern es ist eben dann doch nur die Tochter. Genau. Wie hat er das gemacht? Nee, mein Vater ist total wohlwollend, der möchte, dass die Nachfolge funktioniert und das wirklich von Stunde null. Und was er gemacht hat, er hat mich überall hin mitgenommen, also ob das zur Bank ist, ich hatte direkt Bankvollmachten, hat mich zum Kunden mitgenommen und, und, und. Und auch bei so Terminen war ich dann immer mit dabei, wobei so ein paar Sachen, das sind natürlich Feinheiten, ne, zum Beispiel sprachlich, habe ich ihm dann irgendwann gesagt, du, wir müssen ab jetzt immer sagen, wir haben entschieden, ne, weil natürlich, er war das gewohnt, ich habe entschieden, wir machen das jetzt so und so, ja, und ihm dann da so ein bisschen, ihn zu sensibilisieren, das ist jetzt anders. Ja, total, total, ja. Was mir gerade einfällt, glaubst du, dass eine Vater-Tochter-Unternehmensnachfolge ein anderer Prozess ist, als die klassische Version, nämlich Vater-Sohn? Ich glaube, dass es ein bisschen anders ist, ich glaube, es gibt sogar auch Studien dazu, die belegen, dass das so der reibungsloseste Prozess ist. Vater-Tochter. Ja, Vater-Tochter, genau. Keine Ahnung, ich kann es eigentlich nur von uns sagen, es ist wirklich sehr reibungslos, ich glaube, da haben wir ganz großes Glück und ich muss auch sagen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, du hast so viel von deinem Vater gelernt, ich habe noch nie so viel Zeit mit meinem Vater verbracht, wie jetzt in der Zeit, in der ich mit ihm zusammenarbeite und ich war ihm auch noch nie so nah, weil man natürlich, man hat so dieses gemeinsame Ziel von dem Unternehmen und teilt alle Ängste und Freuden und das ist ja extrem verbindend. Das hört sich gut an. An welchen Stellen hast du denn von deinem Vater gelernt, wie es nicht geht? Naja, mein Vater ist natürlich schon so ein bisschen mit 66 Jahren aus einer anderen Generation, also keine Ahnung, das fängt mit Kleinigkeiten an. Also das Schöne-Größe ist nicht böse gemeint. Nein, ich liebe meinen Vater. Ist nicht böse gemeint. Nein, absolut nicht. Also zum Beispiel, mein Vater sieht es alle. Oder mein Vater natürlich als Gründer hat auch ganz stark so alle Fäden in seinen Händen so gehalten. Und für mich ist zum Beispiel, das ist auch ein großer Transformationsprozess für ein Unternehmen, wenn du halt hingehst und sagst, okay, wir müssen jetzt technischen Leiter, Produktionsleiter und, und, und einstellen. Und nee, Papa, du kannst nicht hier der Hauptvertriebler sein, das geht einfach nicht. Wir müssen das alles mal ein bisschen auf mehrere Schultern so lagern. Das ganz Interessante ist bei uns ein Phänomen, was wir das Orakel von Bottrop nennen. Also immer, wenn wir hier Prozesse strukturieren, dann kommt von mir irgendwann der Satz, und wie viel muss das Orakel von Bottrop mit anderen Worten ich jetzt dann davon tun. In dem Moment nehme ich mich selber auf die Schippe, weil das Letzte, was ich hier sein will, ist natürlich dieser, dieser Mensch, der auf einem Stuhl sitzt, damit Menschen dort hinkommen können und Probleme zu präsentieren. Und dann orakelt das Orakel und präsentiert eben die Lösung, bitte geht links rum, bitte geht rechts rum. Sondern professionelles Unternehmen organisierst du natürlich so, dass die Menschen eigenverantwortlich an den Themen arbeiten. Und es gibt natürlich eine Hierarchie, da müssen aber Lösungen vorgestellt werden. Genau. Und nicht Probleme. Und zu denen kann ich dann meine Meinung äußern, weil natürlich weiß ich die Dinge auch nicht besser in den einzelnen Fachbereichen als die Verantwortlichen. Das ist bei uns auch ein riesen Generationsthema gewesen, denn der Laden war so ausgerichtet. Es war ein Unternehmen, was ganz stark auf eine Person ausgerichtet war. Und ich habe meinen Vater immer nur so erlebt, dass er, ich nenne es immer, im Schießstaatenprinzip gearbeitet hat. Es lagen immer so viele Akten, natürlich damals auch noch alles Papier, dass du wirklich links und rechts Stapel hattest und er nur noch in der Mitte versuchte, durchzuorakeln. So, das ist natürlich auch richtig für eine Zeit. Also wenn du ein Unternehmen gründest, dann willst du nicht interdisziplinäre Teams und jeder steuert eigenverantwortlich. Da willst du eine klare Führung. Das muss auch sein. Irgendwann ändert, im Laufe der Zeit ändert sich das dann irgendwann dahin, dass so eine Struktur sie wachsen und entwickeln muss. Und es ist interessant zu sehen, wie manchmal ein Nachfolgeprozess und eine neue Generation auch richtig neuen Schwung reinbringt. Das ist zumindest bei uns so gewesen, dass es eigentlich so eine Art Reset war fürs Unternehmen und alle miteinander mal nachdenken könnten, was brauchen wir da jetzt eigentlich. Das heißt, du hast quasi hier gearbeitet, wusstest dann schon, ah, so und so sind die Strukturen und da hattest du schon Ideen, was geändert werden können und hast es dann geändert, ab dem Punkt, als dein Vater nicht mehr da war? Ich habe vor allem gesehen, dass er natürlich immer mehr Mühe hatte, mit dem Wachstum des Unternehmens diesen Modus aufrechtzuerhalten. Denn das weißt du genauso gut wie ich als Unternehmer. Du hast zwei Arme, einen und ein Gehirn. Und egal, wie sehr du dich im Kreis drehst, da wird nicht mehr draus. Du hast die acht, zehn, manchmal zwölf Stunden. Das ist auch nicht immer gesund, wenn du dann lange zu lange arbeitest. Und ich habe gesehen, wie er sich also abgemüht hat, mit diesem Thema, mit dem Unternehmenschritt zu halten. Daraus entsteht dann eine der Fragen, die ich heute unheimlich gerne stelle. Denn die Frage ist, wofür bist du Unternehmer? Führt das Unternehmen dich oder führst du das Unternehmen? Und warum überhaupt? Und das war sicherlich eine Phase, in der zum Ende hin das Unternehmen bei uns auch Verjüngung und Frische brauchte, was Neues brauchte. Und in der mein Vater das zwar auch erkannt hatte, es aber dann leider nicht geschafft hat, auf die Art und Weise loszulassen, die ich jetzt bei deinem Dad raushöre. Ich finde das bewundernswert, weil die meisten Nachfolgen oder die meisten Nachfolgeprozesse, egal ob sie erfolgreich zu Ende gehen oder nicht, laufen ja nicht so ab. Sondern sind von vielen Dilemmata und Konflikten gekennzeichnet und enden in Geschichten, die wir häufig dann in der Zeitung lesen, weil sich Menschen nicht sauber einigen können. Wie macht ihr das heute? Wie geht ihr miteinander um? Und wo sind auch mal die Reibungsflächen? Also ganz wichtig ist diese Nachfolge wirklich als ein Thema im Kalender zu haben. Also wir haben diese Beraterin und wir treffen uns nach wie vor alle sechs bis acht Wochen mit der Beraterin, jetzt seit dreieinhalb Jahren. Und da gehen wir immer wieder die Nachfolgethemen durch. Also klar, da machen wir auch, sag ich mal, so was wie einen Meilensteinplan oder wie ist eigentlich das Testament und wie der Gesellschafter... Was sind die Themen, wo ihr am meisten... Ich frage einfach mal so frech. Was sind die Themen, wo ihr am meisten Zeit gebraucht habt? Dass ich dann gesagt habe, wir müssen das Unternehmen anders aufstellen. Papa, wir müssen dich überflüssig machen, damit du rausgehen kannst. Und es muss trotzdem noch funktionieren. Es muss zu mir passen. Gründerunternehmer werden nicht gerne überflüssig gemacht. Ja, genau. Wie war das? Ja, ich glaube, am Anfang war es für ihn schon ein bisschen schwierig. Aber dann, als er so gemerkt hat, okay, ich möchte ja eigentlich auch rausgehen. Und rational hat sie schon recht. Also ich kann nicht hier weiterhin den gesamten Vertrieb irgendwie antreiben. Wenn ich dann weg bin, wer macht dann eigentlich den Vertrieb? Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Häufig ist ja immer die Frage, was kommt denn dann? Also dass Unternehmer, die ausscheiden, natürlich. Ich meine, am Ende sind das Menschen, die verständlicherweise 30, 20, 30, 40 Jahre ihres Lebens in ihr Lebenswerk investiert haben. Und ich muss ganz klar, muss ich heute sagen, ich habe damals, als ich hier als in Anführungszeichen Sohn meines Vaters und Mitarbeiter gearbeitet habe, übrigens die Differenzierung finde ich auch immer ganz, ganz spannend, weil das ist natürlich der Grund, wo die Konflikte entstehen. Ob du der Sohn bist, meinst du? Ja, die Rollen, die immer wieder aneinander geraten. Du hast das eine System, das ist Familie. Familie funktioniert nach dem Prinzip Liebe. Du gehörst dazu und egal, was du tust, du gehörst dazu. Egal, wie viel Mist du baust, du gehörst dazu. Das Unternehmen auf der anderen Seite funktioniert nach dem Prinzip Leistung. Es ist nicht egal, was du tust, du gehörst dazu, sondern nur, wenn du das tust, was dem Team hilft, was dem Unternehmen hilft, gehörst du dazu und kommst weiter. Und die clashen natürlich brutal. Und du bist immer Sohn und Nachfolger, Sohn und Führungspersonal, Sohn und Manager oder eben Tochter und Geschäftsführerin. Und wobei ich würde sagen, dass es auch eigentlich nicht möglich ist in der Nachfolge. Also bei uns ist es nicht möglich. Wir fahren nach wie vor auch in Urlaub zusammen. Und im Skilift kann es dann schon mal sein, dass wir uns mal auch über irgendwas von der Firma unterhalten. Ja, das gehört einfach zusammen. Und natürlich, wenn irgendwas Krasses gerade in der Familie passiert ist und wir sind halt gerade im Büro, dann reden wir dann auch mal darüber. Also wir haben keine harte Zeit, in der dann nicht über das andere gesprochen werden darf. So ist es einfach nicht bei uns. Das gehört einfach zusammen. Entschuldige bitte. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Ihr habt eine Roadmap gemacht und du sagst, ihr seid vorne dran. Mhm. Jetzt die Roadmap. So ein halbes Jahr im Voraus. Ich nehme an, dein Dad steigt dann aus aus dem Unternehmen. Ja. Und darfst du dann nicht mehr mit ihm sprechen und er ist nur noch auf dem Golfplatz und du musst alles alleine schaffen? Oder wie sieht euer Gewinn aus? Also ich denke schon, dass er, sag ich mal, beratend mir weiter zur Verfügung stehen wird. Aber wo ich riesen Respekt habe bei meinem Vater ist, dass er derzeit mir hilft, das Unternehmen so umzugestalten, dass er überflüssig wird. Das ist so hart. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Er hilft mir, das Unternehmen umzubauen. So auch. Also er sagt mir auch mitunter, Dina, wäre ich alleine, würde ich diese Entscheidung hier gerade nicht treffen. Ich mache das wegen dir, weil du sagst, dass du es machen möchtest so. Und das mitzugehen, also das zeugt von unendlichem Vertrauen und großer Liebe. Absolut. Wirklicher Hammer. Und ich habe auch manchmal, muss ich dir auch ehrlich sagen, ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm am Ende seiner Karriere nochmal solche krassen Dinge aufmute, dass er da hingehen muss und Dinge, die er jahrelang aufgebaut hat, jetzt zerstört in einer gewissen Art und Weise, also umbauen muss und sogar Dinge tun muss, die er, wo er eigentlich gar nicht dran glaubt und nicht von überzeugt ist. Also das verlangt sehr, sehr viel von ihm ab. Aber da ist er voll dabei. Ja. Und das sage ich eben, das ist eine unglaubliche Charakterstärke, die er da zeigt. Ich persönlich glaube, es braucht eine ganze Menge Energie, um ein Unternehmen jeden Tag zu führen, erstens. Und um zweitens auch die Verantwortung für dieses Unternehmen und alle darin arbeitenden Menschen vollkommen zu verinnerlichen. Ja. Denn the bug stops with you. Nach dir kommt bei Eskalaser nichts mehr. Wenn du es falsch entscheidest, dann hat die Firma und in der Konsequenz natürlich auch die Familie ein Problem. Wo nimmst du die Energie her? Und wie bist du, wie bist du da hingekommen, dass du damit für dich auch fein bist? Bist du damit fein oder glaubst du, dass du, dass du da noch an dir arbeiten musst? Wie sieht es aus? Also ich bin damit fein. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie ist man aufgewachsen und wie habe ich Arbeit kennengelernt? Wie habe ich erlebt, was ein Unternehmen bedeutet? Mein Vater ist selbstständig. Ich habe aber auch Unternehmer in anderen Bereichen in meiner Familie, Opa und Oma und so weiter. Also es ist erstmal grundsätzlich so ein Unternehmerumfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Da lernt man unglaublich viel. Da bin ich super dankbar drüber. Die größte Power hat diese Selbstwirksamkeit, die ich als Unternehmerin habe. Also ich weiß, ich bin diejenige, die die Entscheidung treffen kann und hinterher wird sogar das umgesetzt. Und ich habe in meiner eigenen Hand, wie sich das Schicksal entwickelt für mich. Das ist schon der Hammer. Ja, da sind Risiken mit verbunden, da ist unglaubliche Verantwortung mit verbunden. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Als ich in die Nachfolge gekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich laufe gegen eine Wand an Verantwortung. Unglaublich, absolut. Ja. Und das können nur Nachfolge. Die ist erdrosselt. Ja, genau. Du kriegst keine Luft mehr. Genau. Das ist Wahnsinn. Und am Anfang, und pass auf, ich habe das damals auch noch Freunden und so erzählt, die halt nicht in meiner Situation waren und konnte keiner nachvollziehen. Aber Dina, dein Vater ist doch noch da und bla 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 und so. Und ich so, ja, aber die Leute verlassen sich jetzt alle schon auf mich. Ja, meine Eltern verlassen sich auf mich, die Mitarbeitenden verlassen sich auf mich. Da hängt ja viel mehr nur dran, als Dina, die sich mit 27 Jahren entschieden hat, jetzt hier in diese Firma zu gehen. Also das ist ja nicht einfach mal ein Job, den ich vielleicht nach zwei Jahren wieder wechsle, sondern das ist hier ein Lebensprojekt. Ja, das ist wirklich spannend. Also absolut kann ich in dem Moment, wo du es sagst, komplett, vollständig Resonanz. Das ist unglaublich. Bei mir ist sogar innerhalb dieses Zeitraums die Verantwortung noch größer geworden, weil wir natürlich uns weiterentwickeln, immer weiter wachsen. Also wenn du jetzt sozusagen von einer linearen Angstkurve ausgehst, dann müsste ich ja immer mehr, dann müsste ich ja immer weniger schlafen. Ja, aber es wird immer besser, ist meine Erfahrung. Genau, das ist natürlich völliger Quatsch, sondern du musst, glaube ich, und das ist sicherlich nicht nur in diesem Job, sondern auch in allen anderen Jobs, wo du viel Verantwortung hast beziehungsweise viel Exposure hast und viele Menschen dann eben sich dafür interessieren, hingucken so. Du musst eine gewisse Ruhe entwickeln. Ich lese zum Beispiel kaum E-Mails. Echt? Ich werde immer wieder gefragt, wie machst du das? Ich sage, ist ganz einfach, ich lese einfach keine E-Mails. Okay. Das heißt natürlich nicht, dass ich die ganze Zeit Nintendo spielend zu Hause sitze. Sicherlich nicht, ja. Sondern ganz im Gegenteil. Aber wie machst du es dann? Über Slack? Über WhatsApp? Zum einen viel WhatsApp, ganz viel WhatsApp. Ich versuche auf den kürzesten Wegen zu kommunizieren. Also wenn du eine Maschine bestellen willst, dann ruf mich an. Ja. Ich möchte eine Maschine bestellen. Ja, was kostet diese Maschine? Wofür brauchen wir die? Brauchen wir die wirklich? Alles klar, jawohl. Bestell die Maschine, tschakka. Und dann kommt natürlich drei Wochen später über unser Order-System ein, kommt dann irgendwas, was ich freigeben muss, ist vollkommen klar. Hier geht es aber eigentlich um Vertrauen. Hier geht es eigentlich um die Frage, wie sehr vertraue ich dem, der in diesem Beispiel jetzt die Maschine bestellt? Denn wenn ich das alles gar nicht im Detail hinterfragen muss, sondern dort ein Profi professionell arbeitet, dann habe ich doch viel weniger Arbeitsbelastung als Geschäftsführer. Absolut. Anyway, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, will ich nochmal ein bisschen mehr an deinem Lebenslauf zu deinem Lebenslauf fragen. Du bist eingestiegen. Es hat bisher so wunderbar funktioniert, wie du es erzählt hast. Lass mich mal die andere Seite abfragen. Wo zweifelt Dina Reit? Was sind die Themen, an denen du rumkaust, die dich nachts um eins beschäftigen, wenn du im Bett liegst und sagst, oh, jetzt kriege ich das Unternehmen nicht aus dem Kopf? Tja, du. Oft irgendwelche Sachen aus dem operativen Geschäft, also ob das jetzt irgendwie Maschinen sind, die hochkomplex sind, die schnell raus müssen. Lieferprobleme hatten wir in den letzten zwei Jahren echt heftig, also dass wir einfach unser Zeug nicht bekommen haben. Unser Einkauf eben nicht schnell genug war, haben ja einige erlebt. Aber auch einfach Themen Personalmanagement. Ich glaube, wir alle wissen, wir sind jetzt auf einem Markt, der eher ein Arbeitnehmermarkt ist. Und immer mehr einer wird, ja. Und auch immer mehr einer wird. Und das ist an sich eine gute Entwicklung, denke ich, für unsere Gesellschaft. Aber es ist ganz schön schwierig, wenn man ein Unternehmen führt mitunter. Also ich habe jetzt letztens mit einem anderen Unternehmer mich ausgetauscht und die haben eine Umfrage gemacht bei sich im Unternehmen. Also anonym. Wie viele Tage würdet ihr gerne arbeiten? Und dann wurde, also haben die Leute abgestimmt, haben gesagt, drei Tage wäre eigentlich so ihr Ideal. Hätte ich auch gerne. Hätte ich auch gerne, ja. Ja, absolut sofort. Kannst gerne, können wir uns gerade auf jeden Fall schauen. Ich bin auch dabei. Wobei, das ist eigentlich nicht, stimmt nicht. Ich glaube, am Ende. Ja, drei Tage ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber das zeigt halt so ein bisschen irgendwie, wo die Leute vielleicht, was für ein Denken in unserer Gesellschaft existiert, was die Wünsche sind in unserer Gesellschaft. Und andererseits, wenn ich mir anschaue, brauche ich aber eigentlich hungrige Leute. Aber das sind oft dann welche, die vielleicht auch eher gründen selber. Das ist nicht so einfach, da als Unternehmerin, als Arbeitgeber auf diesem heutigen Markt hier in Deutschland zu agieren. Mehrere Dinge dazu. Das ist ganz interessant. Während du sprichst, denke ich darüber nach, würde ich mich wirklich auf die Liste für die drei Tage schreiben? Gute Frage. Ehrlicherweise nein. Denn ich glaube, ich habe daraufhin mich jetzt gerade gefragt, wie viel arbeite ich eigentlich? Und die Antwort ist eigentlich … Sieben Tage die Woche noch. Und jetzt kann man sagen, ich arbeite eigentlich gar nicht, weil ich natürlich als Unternehmer mich entschieden habe, bewusst mit dem eigenen Unternehmen Dinge zu tun, die ich gerne mache. Ich liebe meinen Job und das ist natürlich trotzdem nicht so, weil natürlich dieses Rad, was du dann baust, auch Verbindlichkeiten aufbaut. Und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich steige wieder aus. Das kannst du vielleicht sagen, mit einem, mit zwei Mitarbeitern. Aber auf dem Niveau, wie wir das hier machen, ist das unmöglich. So ein Ding, selbst wenn ich heute entscheiden würde, ich habe überhaupt keine Lust mehr, dann läuft dieses Rad noch ein paar Jahre nach. Da kannst du jetzt nicht sagen, ich steige einfach morgen aus, fluge in die Karibik und dann auf Wiedersehen. Glaubst du, dass wir in Deutschland zu nah an der Drei-Tage-Woche sind und kriegt ja genug Leute und frische Talente ins Unternehmen? Oder wie siehst du das? Also wir jetzt gerade als Eskalaser, wir können uns eigentlich nicht beschweren. Also klar, wir sind in einem Bereich des Fachkräftemangels. Wir haben aber durch die LinkedIn-Aktivitäten von uns keinerlei Probleme, derzeit Stellen zu besetzen. Ich glaube, dass wir in Deutschland schon immer mehr in die Richtung eben steuern. Wir haben einfach, also im Endeffekt Vollbeschäftigung hier in Deutschland. Die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich sehe das auch mit ein bisschen einem kritischen Auge. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir unsere Zuwanderungspolitik nochmal um einiges besser machen. Bildungspolitik, da kann einiges gemacht werden. Also qualifizierte Fachkräfte, da lebe ich an, zielst du drauf. Ja. Ich habe die letzten Jahre natürlich das Unternehmen verändert und wir finden durch die Positionierung, die wir heute haben und die Bekanntheit im Markt und in der Zielgruppe und unter denen, die sich für die Dinge begeistern, die wir tun, sehr regelmäßig, wirklich großartige Talente, die wir dann für uns gewinnen können. Und wir können dadurch am Standort Deutschland größtenteils, das hast du heute alles dir angesehen, in Handarbeit sehr hochwertige Produkte bauen, die natürlich entsprechend auch am Ende teuer sind, wo man sich aber durchaus die Frage stellen lässt, könnte man das nicht an einem anderen Standort besser machen. Ich nutze dazu, weil ich ein Riesenfan von Uhren bin und das Uhren sammle seit 20 Jahren, immer das Beispiel des Valais du Joux in der Schweiz, da ist es genauso. Das ist ein sehr, sehr teurer Standort, an dem viele sehr speziell ausgebildete Menschen oder eigentlich sind es einige wenige sehr speziell ausgebildete Menschen wunderschöne Armahnduhren bauen. Das sind nicht replizierbare Zustände. Und genau damit haben wir es hier auch zu tun. Ich muss immer wieder Leute finden, um die in diesen Kosmos einzubringen, von dem ich weiß, dass du ihn nicht nehmen könntest und irgendwo anders replizieren könntest. Brabus gibt es so in dieser Form nur ein einziges Mal. Und das Wissen, was hier aufgebaut ist, das kannst du auch nicht heute nehmen und es nach Hamburg, nach Polen, nach Amerika, wohin auch immer verlagern. Wir haben das beide ähnlich veranstaltet, interessanterweise. Du bist auf LinkedIn ganz stark unterwegs und ich bin insbesondere auf YouTube und Instagram ganz stark und TikTok ganz stark unterwegs. Oder heißt viel unterwegs, ob starke oder nicht, sollen andere behörden. Stark schon, ja. Vielen Dank. Die Ursprünge sind aber ganz ähnlich, nämlich Pandemie. Da sind wir wieder bei deinem Lebenslauf. 2019, du bist eingestiegen. Hast du das optimale Jahr ausgesucht? Ja, mit Krisen erlebt. Weil 2020 ging es steil nach oben. Nein, natürlich nicht, sondern 2020 kam die Pandemie. Wir haben tatsächlich 2019 schon die erste Krise mitgenommen. Also Automobilkrise, wo alle so vollkommen verunsichert waren. Was ist das mit diesen E-Autos und wo geht es da eigentlich hin? Industrie in Deutschland, weißt du wahrscheinlich auch selber, ist zu großen Teilen natürlich auch immer von der Automobilindustrie abhängig. Und wenn dann der Zulieferer vom Zulieferer vom Zulieferer nicht weiß, ob er jetzt noch die Aufträge bekommt, dann überlegt er sich, ob er jetzt mal schnell in einen Laser investieren soll. Also das haben wir 2019 schon erlebt. Naja, und dann, also für uns waren die Messen ein riesen Marketingkanal. Ganz wichtig, mein Vater ist ein ganzes... Was sind die größten Messen gewesen in eurer Branche? Emo, Intec, AMB, Hannover Messe. Und also 2019 waren wir auf 13 Messen als Aussteller. Das war wirklich wichtig für uns. Das ist bei euch insbesondere deutsch und deutschsprachiger Raum? Ja. Also wir waren auch in Frankreich, Österreich, Russland, England. Wir waren auch in anderen Ländern, aber hauptsächlich in Deutschland. Messen waren wichtig. Genau. Und man muss ja auch sagen, Hannover Messe zum Beispiel, super internationales Publikum. Naja, und dann 2020, alle Messen ausgefallen. Und wir haben uns schon gefragt, wo geht es denn da jetzt hin? Ja, klar, Laser haben eine relativ lange Lead-Zeit. Also es sind jetzt nicht sofort im März 2020 alle Kunden weggefallen. Wie lange dauert das, wenn jetzt bei euch heute, ich laufe heute bei euch rein und sage, ich möchte gerne zum Beispiel in Serie Teile markieren. Und dazu brauche ich eine entsprechende Laserbearbeitung. Und dann will ich eine Maschine bestellen. Wie lange braucht ihr? Also du wirst dich wahrscheinlich meistens erst nach einem halben Jahr entschieden haben. So ist auf jeden Fall unser Erkenntnis. Das frage an, dann reden wir ein bisschen miteinander, dauert sechs Monate. Muster und dann guckst du dir das an und dann willst du nochmal mehr Muster und dann vielleicht noch Sondermaschine und dann müssen wir überlegen, wie das dann vom Handling ist und so weiter. Und dann eine komplexe Maschine, sagen wir mal so, keine Ahnung, vier bis sechs Monate so in die Richtung. Also mit anderen Worten habt ihr, sagen wir mal, ungefähr ein Jahr, bis so ein Auftrag dann abgearbeitet ist. Genau. Das stellt natürlich dann schon ein, wenn auf einmal Unsicherheit im Markt entsteht. Genau. Und dann kam die Pandemie und auf einmal war es gut, dass so eine junge Nachfolgerin im Laden ist, die Social Media verstanden hat. Dann habe ich einfach so angefangen auf LinkedIn zu posten. Mein Vater, keine Ahnung, ich habe das einfach gemacht. Hat er das wahrgenommen? Ganz am Anfang noch nicht. Und dann wurde er irgendwann angesprochen, so von Kunden und Lieferanten, so, ah, ich habe ihre Tochter gesehen, ja. Das heißt aber, du hast auch wirklich mit Unternehmensinhalten. Ja, 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 genau. Angefangen. Genau, das war für mich immer das Tolle und ist es auch nach wie vor bei LinkedIn. Es ist eben nicht, ich zeige mein Essen und ich zeige irgendwie so von meinem Zuhause oder sowas. Du hättest ja politische Inhalte kommentieren können oder persönliche Philosophie von dir, kannst ja alles Mögliche machen, du musst nicht zwingend Gläser vorstellen. Nee, aber irgendwie war das immer mit dem Laser. Ich habe ja auch immer schon diese YouTube-Videos mal gemacht, wo ich die Laser vorgestellt habe und die habe ich dann auch bei LinkedIn immer veröffentlicht. Und auf einmal haben Leute darauf reagiert. Ja, genau. Naja, und dann muss man schon auch ehrlich sein, das Thema Nachfolge, was ich eben auch gespielt habe, wo ich eben so ein bisschen gezeigt habe, wie läuft es bei uns und was ist unser Meilensteinplan, so Geschichten. Das hat natürlich auch viele Leute angesprochen, hat eben auch was, ja, ein Thema, was in Deutschland ja derzeit sehr relevant ist, ja, in den nächsten fünf Jahren sind um 200.000 Unternehmen reif für die Nachfolge, das ist ja eine krasse Zahl. Und ja, deswegen, das war so zweitreichend. Oder andersrum formuliert, Führungsetagen in Deutschland sind zu alt. Ja, genau. Meiner Meinung nach massiv. Ja, massiv, ja. Klar, das ist auch so diese typische Generation, also mein Vater, diese Boomer-Generation, die eben alle heftig geschafft haben und da selbst was aufgebaut haben. Ja, und dann habe ich eben noch angefangen, so ein bisschen auf LinkedIn zu posten und mein Vater hat das erst gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube, am Anfang fand das jetzt auch nicht so toll, aber okay, da habe ich auch noch nicht so viel Zeit da investiert. Und dann habe ich nach einem halben Jahr, glaube ich, das erste Mal einen, ja, so einen richtigen Hit gehabt, also so einen viralen Post. Das war mein Vater, mein Mentor. Da habe ich darüber gesprochen, inwieweit mein Vater mein Mentor ist. Hochemotionales Thema, inwieweit man eben mit seinem Vater zusammenarbeiten kann. Sehr gutes Bild, wo man sieht, wie ich mit meinem Vater zusammen nach vorne schreite, er mir was erklärt, eine gute Stimmung zwischen uns ist, gute Punkte, die ich genannt habe, also was mein Vater aktiv macht, um eben unser Verhältnis gut aufzustellen und wie ein Mentor mir gegenüber zu sein. Und dann natürlich auch einfach authentisch, so wie ich auch spreche, geschrieben. Du machst das jetzt insgesamt seit drei Jahren. Wenn du das mal zusammenfasst, was hat diese Reise auf, also vielleicht auch für diejenigen, die dich jetzt noch nicht gesehen haben auf LinkedIn, du bist, ich finde eines, und so haben wir uns ja auch kennengelernt über gemeinsame Freunde, aber ich habe dich einfach auch auf LinkedIn gesehen und sagte, Mensch, gibt es doch gar nicht spannend, dass das noch jemand das gleiche Verständnis davon hat, wie man, ich formuliere jetzt mal böse, seriöse Inhalte, unternehmerische Inhalte, ein echtes Unternehmen, in dem produziert wird, in sozialen Medien zeigen kann. So bist du mir damals aufgefallen. Und das fand ich gut und zwar vollkommen unabhängig davon, ob du jetzt ein Pizzabäcker bist, Laserbearbeitung oder Oberflächenbearbeitungsmaschinen baust oder meinetwegen Möbel, sondern einfach, dass jemand eine ehrliche Idee hat, muss ich sagen, hat mich fasziniert und auch bestätigt in dem, was wir hier tun. Wenn du mal zusammenfasst, was hat diese Reise in den letzten drei Jahren für dich gemacht? Für mich persönlich oder fürs Unternehmen? Mach mal erst das eine und das andere. Also fürs Unternehmen ist relativ einfach. Wir haben natürlich sehr gutes Brandbuilding betreiben können. Obwohl wir auf so vielen Messen aktiv waren, sind wir doch im Maschinenbau, Lasermarkt, jetzt bekannter als vorher. Wir gewinnen darüber Leads. Also für uns ist es ein aktiver Vertriebskanal. Nach wie vor werde ich gefragt, also was bringt euch das eigentlich? Verkauft ihr darüber? Ja, natürlich verkaufen wir darüber, klar. Und natürlich auch das ganze Recruiting-Thema ist für uns super wichtig. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir immer hatten. Also ich als erstes damals, ich war Vertriebsleiter und habe dann irgendwann mein Vater gebeten, mir die Verantwortung für die Marke und das Marketing mit zu übertragen. Das Erste, was ich damals getan habe, war unsere Webseite zu erneuern und erneuern, frischen Look zu geben, grundsätzlich systematisch aufzubauen und auch mobilfähig zu machen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und die vorher wirklich eine absolute, vollkommene Katastrophe war, die meiner Meinung nach der Marke mehr geschadet. Also hättest du besser abschalten können, gar nichts zu finden, wäre besser gewesen, um das zu finden, was du damals gefunden hast. Und dann kam immer der Kommentar, ja, aber wenn wir jetzt dieses ganze Geld in die Webseite investieren, wie viele Autos verkaufen wir dann dann mehr? Meine Antwort war damals immer, wenn wir dieses Geld nicht investieren, verkaufen wir irgendwann gar keine Autos mehr. Und das ist ein fundamentales Generationenthema. Ja, denn ich muss ganz klar sagen, ich habe über die Zeit anerkannt und, also wirklich erkannt und auch vollkommen anerkannt, dass mein Vater und auch der Teil des Managements zum Beispiel, der schon sehr lange bei uns im Unternehmen ist, groß geworden ist, gelernt hat und gelernt hat Erfolg, wie man erfolgreich Geschäfte macht, in einer Zeit, in der du alle diese Dinge nicht hattest. Da hattest du einen Olivetti-Schreibcomputer oder eine Schreibmaschine, einen Stift, einen Zettel und einen Taschenrechner und ein Telefon. That's it. Und damit hat mein Vater mit seinem Team dieses Geschäft aufgebaut. Jetzt komme ich hier als Jungspund und sage immer nur, Mensch, wir müssen alles nur digital machen, wir müssen so. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie viel Prozent vom Neuen sind denn richtig? Natürlich ist eine neue Webseite richtig. Natürlich muss die auch mobilfähig sein, natürlich musst du Social Media machen. Aber am Ende ist auch das Fundament unseres Geschäfts heute noch, Umsatz zu erwirtschaften, Geschäfte zu machen, mit echten Kunden zu sprechen. Denen Dinge zu verkaufen. Und die kommen heute anders zu uns, aber das Fundament ist immer das Gleiche. Und für dieses Fundament brauchst du auch heute noch eine ehrliche Verbindung zu den Menschen, also sozusagen die Fähigkeit, Menschen sauber anzusprechen, ein Telefon, einen Stift und einen Zettel. Für die meisten Geschäfte, die wir hier machen, brauche ich am Ende nicht, gut, vielleicht das eine oder andere Excel-Modell ist es schon, aber am Ende ist es ganz simpel. Das andere kam nur dazu und trotzdem ist es heute essentiell, um die Menschen da draußen zu erreichen. Total. LinkedIn ist heute euer absoluter Hauptkanal und die Firma Escalaser, also euer Unternehmen ist dadurch natürlich bekannter geworden. Inwiefern spielt denn die Marke Dina Reit eine Rolle? Denn deine Persönlichkeit ist ja schon sehr stark mit dem Unternehmen verknüpft. Total, ja klar. Was ja aber auch kein Problem ist, da ich ja die Geschäftsführerin bin und das übernehme. Ich habe damals immer gesagt, ich möchte das neue Gesicht von Escalaser werden, weil alle kannten meinen Vater von den Messen und so weiter. Alle haben immer bei Escalaser an meinen Vater gedacht und ich wollte das Gesicht werden. Ich wollte das, wenn die Leute an Escalaser denken, sie an mich denken. Ja, und ich meine, natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit führt auch dazu, dass sich gewisse Dinge in deinem Alltag ändern. Ob das ist, dass man jetzt auf bestimmten Veranstaltungen unterwegs ist oder dass man irgendwie, wenn jemand neu ins Unternehmen kommt, dass man direkt irgendwie eine Basis hat, über die man sprechen kann, weil die Person vielleicht schon ein bisschen was gelesen hat von einem. Das ist auch super cool. Und man hat ziemlich vorher gut schon informierte Interessenten. Also Leute, die zu uns kommen und Laser kaufen wollen, die haben mitunter schon meine Videos gesehen und wissen schon, da kann man ja das und das mitmachen. Das ist so lustig, dass du das sagst. Wir haben tatsächlich heute während der Führung des Unternehmens darüber gesprochen, dass ich es, wir haben das, als wir wirklich angefangen, um Social Media auszubauen. und ich kann gleich ein paar Worte dazu sagen, wie wir es gemacht haben, ist irgendwann eine Situation entstanden, in der wirklich nur noch Bewerber vor mir saßen und nicht nur, dann kommt wieder so das Nächste, was sofort gedacht wird, ist ja, es sind ja nur die Praktikanten, die auf Instagram unterwegs sind oder auf YouTube unterwegs sind oder auf LinkedIn unterwegs sind. Es könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein. Jeder, der sich heute für einen Job bewerbt, schaut sich Informationen über das Unternehmen an und wenn du nichts findest oder wenn du keine Geschichte erzählst, dann die Leute finden schon irgendwo Informationen über dich. Und irgendwann saßen nur noch Bewerber vor mir, die alles Material gesehen haben. Du hast gemerkt, erstens, die wussten alles, alles, was wir publiziert hatten, alles, jedes Video, was wir gemacht hatten, hatten sie sich angeschaut. Und zweitens, die haben sich total darauf gefreut, mich kennenzulernen, weil auf einmal gab es da diesen Typen, den sie nur aus den Videos kannten. Das war für mich eine Erfahrung der dritten Art und ich musste mich etwas daran gewöhnen. Die Power von Social Media. Und ich glaube, wie ihr das macht, das ist genau richtig, weil wir haben in Deutschland so tolle Unternehmen, diese ganzen Hidden Champions, die Weltmarktführer in irgendwelchen Bereichen sind. Weltmarktführer, überlegt mal einer, was das für eine Power hat. Und trotzdem kennt niemand diese Unternehmen. Ja, du hast ja gesagt, Hidden Champions. Das Champions ist kein Problem. Champion ist gut, genau. Super, aber Hidden, da sollten wir vielleicht in Deutschland nochmal drüber nachdenken. Gerade in Bezug auf Fachkräftemangel. Ich meine, du erzählst es ja auch, ja, durch diese Social Media Aktivitäten kriegt ihr super viele Bewerbungen. Wir haben auch kein Fachkräfteproblem. Und natürlich hängt das damit zusammen, dass man auch gerne wo arbeiten möchte, wo man auch stolz drauf sein kann auf das Unternehmen. Absolut. Und wenn ich das eben repräsentiert sehe bei Social Media, wenn ich sehe, ah, mit so Leuten kann ich mich identifizieren, das sind Werte, mit denen ich auch irgendwie mich identifizieren kann, das bringt so viel. Deswegen denke ich, dass der gesamte deutsche Mittelstand ein bisschen mehr zum Visible Champion werden muss. Es war bei uns ganz ähnlich. Ja. Du sagst, du wolltest das neue Gesicht von SK Laser werden. Ich hatte natürlich das Problem, ich musste das neue Gesicht werden, weil auf einmal fehlte das Gesicht. Mein Vater war ein Mensch, den in der Branche so gut wie jeder kannte. Er war groß, dick, hatte so lange blonde Locken, ein bisschen was ist übergeblieben von ihm. Und ja, völlig unkontrollierbar, brauche ich noch nicht mal anfangen. Und es war so ein Mensch, den jeder wirklich kannte und wenn er in den Raum kam, ging das Licht an. Also wirklich Charisma, eine absolut starke Persönlichkeit und auf einmal war der nicht mehr da. Und ich habe damals mit unserem Marketingchef Sven Gramm zusammengesessen und wirklich überlegt, wie schaffen wir es jetzt, dass der neue, mit anderen Worten ich, als Gesicht da draußen bekannt wird, weil du hast ja natürlich mit Lieferanten, Banken, Kunden, mit allen möglichen Leuten zu tun und dass sie dich kennen als Unternehmensvertreter und Repräsentant und Eigentümer, ist natürlich ein großer Vorteil. Und die müssen da auch dir vertrauen in einem Endeffekt. Absolut, das hat also aus einem ganz pragmatischen Grund angefangen. Dazu kam, dass ich irgendwann mit mehreren befreundeten Unternehmern zusammensaß und eine Diskussion aufkam, in der es um das Thema Image von Unternehmern in Deutschland ging. Ganz schwer. Das geht ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Richtung des Thema Hidden Champions. Ein weiteres Thema, was völlig unterrepräsentiert ist, ist die Frage, was ist ein Unternehmer eigentlich? Was macht er den ganzen Tag? Was sind das für Menschen und warum tun die, was sie tun? Das sind nämlich nicht nur irgendwelche reichen Pfeffersäcke, die den ganzen Tag Zigarre rauchen, in der Ecke sitzen und ihre Mitarbeiter durchgegen scheuchen, sondern es sind 70 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. 70 Prozent, 75 Prozent sind Familienunternehmen, die den Großteil der Arbeitsplätze in diesem Land stellen und damit auch den Großteil des Erfolges, den wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg hier gehabt haben. Die Diskussion ging in die Richtung, dass das Image entsprechend schlecht ist, beziehungsweise häufig, insbesondere jüngere Zielgruppen, Unternehmer gleichsetzen mit Entertainern, weil sie natürlich Figuren haben, die sie über die Medien erleben und dass das so gar nicht der Realität entspricht. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass ein produzierendes Unternehmen zu führen nicht das Gleiche ist, wie hauptberuflich Influencer zu sein oder Entertainer im Fernsehen. Ja, ja, sehr anders. Oder Schauspieler, genau. Daraufhin habe ich dann mal die Rückfrage gestellt, liebe Leute, wer macht denn hier eigentlich irgendwas? Um das zu ändern, nur die Antwort war niemand. Ja, ja, klar. Teilweise auch aus guten Gründen. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, ich bin nicht der Typ dafür, ich habe Angst davor, ich kann mich nicht vor die Kamera stellen, da werde ich nervös. Was auch immer für Gründe, aber am Ende hat niemand was gemacht. Und ich habe damals dann entschieden zu sagen, ich habe damals dann entschieden, okay, ich mache Instagram und erzähle ein bisschen mehr über die Firma und aus Instagram wurde mehr Instagram und aus mehr Instagram wurde YouTube und aus YouTube wurde TikTok und LinkedIn und inzwischen sind wir hier content-technisch ganz spannend unterwegs und es ist definitiv ein spannender Teil meines Jobs geworden, der auch ein tatsächlich echter Teil, es kommen ja wieder Menschen um die Ecke und sagen, was macht denn der da den ganzen Tag? Ja, ja, genau, machst du eigentlich auch noch was anderes? Aber das war eigentlich noch, genau. Und der tatsächlich ein wichtiger Teil meines Jobs ist, Repräsentation ist ein wichtiger Teil des Jobs jedes Geschäftsführers oder Unternehmensinhabers und der sich auch stetig weiterentwickelt. Wir sind damals konfrontiert gewesen mit zwei Alternativen, wir hätten entweder den Weg gehen können zu sagen, wir bauen unsere eigene Ressourcen auf und entwickeln das, was heute in der Essenz eine kleine Produktionsfirma geworden ist oder wir hätten das alles über ein Agenturumfeld abbilden können. Dann sitzt du, also eine Situation schaffen, der du irgendwann mit mehreren Ansprechpartnern von mehreren Agenturen zusammensitzt, die zum Beispiel Webseiten kann, Social-Media-Kanäle, Pressearbeit etc. betreuen. Und damals haben, wie gesagt, unser Marketing-Chef Sven Gramm und ich uns zusammengesetzt und ganz klar gesagt, wie wir es eben immer sagen, wir sind sehr, sehr starke, stark Inhouse-denkende Menschen. Also wenn wir es selber tun können, dann versuchen wir uns hier grundsätzlich das Wissen, die Technologie selber drauf zu schaffen. Das haben wir auch in dem Kontext so entschieden und haben gesagt, okay, dann bauen wir uns das jetzt hier selber auf. Wen müssen wir denn dafür haben? Und haben dann angefangen zum Beispiel den ersten Kameramann einzustellen, mit dem ich dann, ähnlich wie du, einfach angefangen habe, Videos zu machen und dabei völlig, völlig blöd angeguckt wurde. So nach dem Motto, was rennt da jetzt hier rum? Was rennt da jetzt hier rum? Und ich muss sagen, da hat sich eine sehr, sehr steile Lernkurve daraus ergeben. Heute machen wir, ich glaube, machen wir hier im Unternehmen Kommunikation, die zu 90 Prozent digital ist, mit ungefähr 25 Leuten, die nichts anderes tun als YouTube-Kanäle bewirtschaften, Instagram, LinkedIn, TikTok, was auch immer da kommt. Irgendwann bist du in der Lage, die Geschichten sauber zu erzählen und sie dann auf die Plattform auszuspielen. Und ich glaube auch, dass das gar nicht das Thema plattformgerechtes Ausspielen, also wie jetzt ein Reel für TikTok aussehen muss oder wie ein Video für Instagram aussehen muss, sind ja so die letzten fünf Prozent. Das Entscheidende ist, dass du erst mal lernst, überhaupt deine Geschichten in Bildern, heute viel in Form von Videos zu erzählen. Das war in den letzten Jahren eine ganz, ganz spannende Reise, die das Unternehmen verändert hat, die mich aber auch verändert hat, weil es natürlich die brutalste Feedback-Maschine ist. Krass. Es ist wirklich so, wenn du dich die ganze Zeit so siehst und dann sagen dir irgendwelche Leute, da hat ja auch jeder eine Meinung zu. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, eine Meinung dazu abzugeben, aber es hinterher zu machen, ist dann immer schwierig, das so dann umzusetzen auch. Ja, ja. Absolut. Und das ist heute, kann ich genauso wie du gesagt hast, LinkedIn ist für euch einer der entscheidenden Kanäle, ist für uns heute das gesamte moderne Medienumfeld ein absoluter Segen, denn es schafft eine direkte Verbindung zum Markt, solange du, und das tun wir, Inhalte nicht fakest, also dich nicht verbiegst und verstellst, sondern authentisch in diese Kanäle reingest und sagst, das sind die Geschichten, die wir zu erzählen haben, das sind die Produkte, das sind die Menschen, die hier arbeiten. Was wir versuchen, sehr konsequent zu tun, bekommst du direktes Feedback von deiner Zielgruppe, was sie mögen, was sie nicht mögen, was sie mitgehen, was sie nicht mitgehen, was sie gut finden und was sie doof finden. Und das ist absolut Gold wert, ich glaube Social Media ist insbesondere für mittelständische Unternehmen, also mit anderen Worten nicht Großindustrie, in denen Eigentümer wie du und ich die total unike Position haben, auch da rausgehen zu können, denn als Konzernvorstand bist du schlicht und einfach nicht in der Lage, dich vor die Kamera zu stellen und zu erzählen, was du möchtest. Einfach mal was zu machen. Weil dich hunderte von Menschen eimbremsen, das bist du nicht, du kannst tun und sagen, was du möchtest, ich kann tun und sagen, was ich möchte und muss dann mit den Konsequenzen umgehen, aber erstmal kann ich sagen, was ich möchte. Übrigens auch lustige Geschichte dazu, mitunter mein Vater dann so zu meiner Mutter, ach guck mal, die Dina hat dieses Video hochgeladen, oh das ist ja total unseriös, da habe ich Schnee gelasert, ja und dann sagt er zu meiner Mutter, das muss die runternehmen, das muss die runternehmen, total unseriös. Du hast Schnee gelasert. Ja, ich habe einfach Schnee genommen und habe dann halt reingelasert, wollte mal gucken, was so passiert, ja und rate mal auf welches Video ich sehr, sehr oft angesprochen wurde, auf das Schnee-Laser-Video, weißt du? Auf das Schnee-Laser-Video. Ja, natürlich, es ist ein schönes Experiment gewesen. Jetzt habt ihr ja vorher viele Messen gemacht, die Messen waren nicht umsonst. Nee. Digitale Kommunikation, da kommt dann häufig so das nächste Vorurteil direkt aus der Schublade, das ist ja alles viel billiger. Ich stelle heute fest, dass wir für digitale Kommunikation jeder Art, und das ist natürlich jetzt hier bei Brabus nicht nur, der Konstantin quatscht bei einem Reisevlog in die Kamera und macht lustige Witzchen oder erzählt, was in seinem Alltag so stattfindet. Das sind natürlich auch einfach Werbefilme, Produktfilme, Produktografie machen wir heute in-house. Was mir total wichtig war, was wir so schaffen, einen konsistenten Stil zu erzeugen, das muss nicht jeder so machen in der Konsequenz. Das ist nicht notwendig. Social Media kostet Geld. Es ist aufwendig und es muss auch so behandelt werden. Wie machst du das heute und wie entwickelt sich das Thema bei euch? Nun, bei mir ist es, glaube ich, sehr stark alles immer noch an meiner Person dran, weil ich zum Beispiel meine LinkedIn-Texte nach wie vor selber schreibe. Ich überlege mir, ich habe so einen Redaktionsplan und überlege, was könnte ich die nächsten Wochen so posten, was erlebe ich die nächsten Wochen. Und es sind quasi meine Gedanken, die da so reinfließen. Wenn man das jetzt mal aufrechnet, wie viele Stunden von mir gehen da rein, dann ist das im Endeffekt gar nicht so günstig, wie man vielleicht denkt auf den ersten Blick, weil ich das ja doch selber mache. Aber im Endeffekt die Stunden, die ich da reinbutter, tue ich halt da rein. Dafür ist es natürlich auch sehr, sehr authentisch. Total authentisch, klar. Es sind wirklich meine Gedanken, die da stehen und die da ausformuliert sind. Ich brauche mitunter schon ein bisschen Unterstützung, so zum Beispiel beim Videos schneiden und sowas, weil es zeitlich einfach nicht mehr geht. Ich habe schon manchmal immer wieder ein Video, was ich dann, keine Ahnung, sonntags auf dem Sofa schneide. Auf dem Handy mache ich das dann ganz basic. Aber ich gebe ehrlich zu, ich bin so ein bisschen in so einem, das ist ein Spannungsfeld für mich, dass ich einerseits sehr authentisch bleiben möchte und die Leute wirklich mitnehmen möchte mit einem Selfie-Video, dass die auch merken, okay, ich bin wirklich hier gerade auf dem Handy von Dina unterwegs. Und andererseits möchte ich aber natürlich, also je größer das wird und je mehr Anfragen ich über die Nachrichten bekomme, je mehr Kommentare und so weiter, die beantwortet werden müssen, umso mehr muss ich einfach abgeben. Also das ist so ein bisschen Zwang. Deine Zeit wird immer weniger. Genau. Das ist interessant. Das ist einfach so, ja. Und ja, also das ist zurzeit so ein Spannungsfeld. Ich habe ein bisschen Unterstützung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch ein bisschen mehr wird. Mal schauen. Ein Thema, was mir dazu sofort einfällt, ist, dass die Effekte von dieser Arbeit, am Ende ist es ja Videoarbeit und Videoproduktion, teilweise in Gegenden oder in Bereichen lagen, die ich total unterschätzt habe. Also ich habe damals gedacht, okay, wenn wir doch rausgehen und mehr Videos über die Firma drehen, mehr coole Bilder posten von unseren Produkten, vielleicht finden wir neue Kunden. Und das ist auch so. Wir finden eine ganze Menge neuer Kunden, weil einfach die Marke heute sexy und schön dargestellt ist. Das, was ich vollkommen unterschätzt habe, ist, dass heute, nehmen wir mal beispielsweise unsere Azubis. Wir haben jedes Jahr viele neue, 40, 50 neue Azubis hier im Unternehmen, die auf einmal eine riesige Datenbank an Material haben, das sie sich anschauen können oder auf das sie geschult werden können, weil ich beispielsweise heute mit unserem CTO Jörn, du hast ihn heute kurz kennengelernt, im Format Tech Talk jedes Produkt detailliert durchspreche. Da entstehen meistens Videos, 45 Minuten lang, wo zwei von drei Mitgliedern der Geschäftsleitung dieses Unternehmens sich vor ein Produkt stellen und detailliert erklären, warum sie was wie designt haben. Das ist ein irres Wissen, was da zusammenkommt. Das ist natürlich eine Ressource, die wir früher nicht hatten, weil die Zeit haben wir jetzt schlicht und einfach nie gehabt. Das heißt, unsere Auszubildenden lernen dadurch extrem viel. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der Lage, sich diese Videos anzuschauen und wenn sie sich für die Marke interessieren, finden die einen quasi unendlichen Fundus vor, um sich zu informieren. Jeder, der mit uns arbeitet, egal ob es die Bank ist oder der Lieferant oder der Bäcker von gegenüber, kann sich auf einmal ein Bild dessen machen, was hier bei uns im Unternehmen vor sich geht. Also es ist im weitesten Sinne, war der größte Effekt dieser Medienarbeit, ist eingetreten bei Menschen, mit denen wir ohnehin schon Geschäfte gemacht haben. Und das habe ich völlig unterschätzt. Also ich glaube, gut gemacht ist Social Media nicht nur ein externes Kommunikationstool, sondern auch intern. Also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel zu Wertschätzung schreibe und dann Beispiele aus dem Unternehmen bringe, dass die Leute das lesen natürlich aus dem Unternehmen und mich auch hinterher darauf ansprechen. Also gut genutzt kannst du das eben auch für die interne Kommunikation nutzen. Und ich glaube, das ist eine Riesenpower, die ich wahrscheinlich selber noch gar nicht unlockt habe, was da alles noch hinter steckt. Ja, absolut. So, letztes Thema für heute. Frauen im Maschinenbau. Ja, leidiges Thema. Ich wollte gerade sagen, ich nehme an, das hast du schon mal gehört. Gina, pack die zehn üblichen Talking Points aus. Nein. Was geht dir als Frau im Maschinenbau so richtig auf den Keks? Pass auf, ich schreibe eine Stelle aus für eine Person, die in der Produktion arbeiten soll und es bewirbt sich keine einzige Frau. Ja, das ist einfach Fakt. Das kenne ich sehr gut. Ja, das ist einfach Fakt, so ist es. Wenn ich Glück habe, bewirbt sich vielleicht mal eine oder ganz viel Glück zwei. So. Als ich in das Unternehmen gekommen bin, mein Vater hat schon einen ganz guten Job da drin gemacht, das Team relativ divers aufzustellen, aber in der Produktion natürlich trotzdem keine Frauen. Die Frauen waren dann eher bei uns oder sind eher im Büro. Wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel Branchenkollegen treffe, die auf einer ähnlichen Ebene wie ich sind, dann sind das alles Leute, die aussehen wie mein Vater und kein Einziger, der so aussieht wie ich. Es gibt ja das Gerücht, dass um an der RWTH Maschinenbau zu studieren, musst du genau gleich groß sein wie alle anderen. Du musst auf jeden Fall eine Brille tragen und du musst ein kariertes Hemd tragen, sonst kommst du noch nicht mal in den Auswahlprozess. Ja, das kann sein, ja. Also ich habe da nicht studiert, deswegen kann es sein. Das ist natürlich für ein Unsinn, aber da gibt es schon so das eine oder andere Stereotypen. Naja, und ja, ich glaube, es gibt schon ein paar Frauen im technischen Bereich, gerade die Nachfolge führt dazu, dass wir Frauen in Führungspositionen im technischen Bereich haben und ich glaube auch, dass Frauen, die in der Sichtbarkeit sind am besten noch, auch dazu führen, dass wieder die als Vorbilder agieren und dann weitere Frauen nachziehen. Zum Thema Fachkräftemangel ist das Thema Frauen in die Technik bringen ein riesen Accelerator, der ganz viel des Fachkräftemangels abpolstern kann. Deswegen ist das für mich total wichtig, das zu tun. Im Endeffekt müssen wir aber ganz früh schon anfangen und zwar, Mathe ist cool, eben nicht nur für die Jungs, sondern eben auch für die Mädels. Ja, Fischertechnik sollte man nicht nur den Jungs schenken, sondern auch den Mädels schon ganz früh eben. Und ich glaube, die Stereotypen, die wir haben, das sind alles Mauern in unserem Kopf. Die existieren nur in unserem Kopf. Wir können die relativ einfach umstoßen. Ich habe es selber gemacht, aber sie sind da und sie sind auch in der gesamten Gesellschaft verbreitet. Und ich glaube, für mich war es damals total heilsam, irgendwie ein paar Vorbilder zu sehen, Frauen, die technische Unternehmen übernommen haben. Das fand ich ganz toll, das zu sehen, weil das mir irgendwie ein Selbstbewusstsein gegeben hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist deswegen, dass solche Frauen auch weiter in die Sichtbarkeit gehen, damit eben Vorbilder da sind, die weitere nachziehen können. Wenn wir jemanden in der Konstruktion suchen und es bewirbt sich eine talentierte Konstrukteurin. Denn es ist ja mein Job, den oder die Beste einzustellen, die ich für den Job finden kann, damit es am Ende gut fürs Unternehmen ist. Und jetzt kann man diskutieren, wie viele Kompromisse man machen kann und sollte oder überhaupt darf als Unternehmer, um dann eben mehr Frauen in technischen Berufen zu haben. Es ist viel zu kurz gesprungen, das nur auf die Unternehmen zu reduzieren. Ich glaube, da müssen wir viel tiefer graben. Das fängt wahrscheinlich im Kindergarten und in der Grundschule an. Was ist männlich und was ist weiblich und wer wird wie gepolt und wo werden wir alle hingedrillt? Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, was wir mal eben so abgearbeitet bekommen. Das ist so tiefgreifend. Aber es ist möglich. Wie gesagt, es sind nur Mauern im Kopf. One moment at a time. Genau. Dina, ich sage danke. Es ist toll, dass du heute vorbeigekommen bist. Ich freue mich, dass wir uns endlich kennengelernt haben, dass du dir das Unternehmen hier angeschaut hast. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir noch viele, viele Themen haben, die wir hätten uns jetzt noch drei Stunden unterhalten können. Wahrscheinlich. Weil es da eine ganze Menge Gemeinsamkeiten gibt. Ich werde natürlich, wenn du das erlaubst, den Retour. Der Retour-Coach wird es geben und bei dir vorbeikommen. Und vielleicht machen wir noch die ein oder andere Podcast-Folge zusammen. Insofern, jetzt gibt es erst mal was zu essen. Liebe Dina, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Danke für die Einladung. Sehr gerne.